und wir haben morgen manchmal geht das verflucht würde ich mal so sagen wir laden wir entladen weiter den an kühle so ist das faktisch ja nett oder macht jetzt aber nichts wie gesagt da hätte ich es erst gern ich habe keine ahnung warum ich das mit dem master zwar direkt davon dass du sowas nicht darf ich weiß übrigens nicht ob es gesagt hat aber nie nie hat das projekt also ihr projekt aufgegeben was ich irgendwie sehr schade aber ja ich muss mal ganz ehrlich ich habe es war auch schon hier und da überlebt das sind zu lassen weil ihr wisst bescheid ihr wart schon oft genug dabei wenn ich kurz vorm verzweifel war ich finde es ein bisschen blöd dass ich auf kristall als nut weiterkommen und jetzt habe ich schon für du in der nase stecken das ist echt zum kotzen und wie ich hier am blog stehen habe ich bin eigentlich keiner der projekte einfach so aufgibt die liegen vielleicht mal auf eis aber normalerweise ja kommt es eher selbst vor dass ich sage näher das ist das feiert wird mich ja schon reiten außerdem versuche ich ja immer noch mit meiner tochter dann mal zu streamen naja warte an der sache ist das gerade sommer ist und dazu ein ziemlich geiler sommer mit viel viel sonne und wir haben da jetzt ein quickpool um garte wo ich jetzt eine zeitlang für gebuddelt habe damit ich eine gerade fläche hat ist glaube ich wie unglaublich und gerade so hat es kann das ist ja und da sind manche sache dann auch mal etwas und da bin ich sagen aber direkt haben so was brauchst du da müssen wir gleich mal kühlen und und strom kommen drauf stein müsste durch die frage macht das sinn weil ich habe jetzt nicht so viel bedarf anstein ja lass mal gucken wo kann man dann basteln jetzt brauche ich keinen fetzigen stein ach wie ein stein na komm da bau mal eben einer mein gott was soll es da können wir gleich die zählen allerdings so da hat 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 aber du erzähl mal der lehmann drei erzählen aber was macht mehr so ich liebe es wenn ich gute nachricht so jetzt laufen wir alle weit weg darum was auch gemacht das so ich höre jetzt ein vogel wir fliehen wir da runter und checken was das wo wir nicht passieren wird weil vielleicht regnet ja und da wird es gerade gewässert update alle bestimmung geld und da kommt drauf wo ist denn das scheiße wenn man so verkackt abhängig ob von trops ist so das muss noch ein doelzeiter was bist du werner ruft zu erreichen ist das da braucht 3200 betäubung kommen wir schießen dem jetzt mal die nase schau mal wie viel das bringt guten tag da muss da muss ich scheiße Geht's zum Kullicht an. So, wo macht das? Nö, so will ich dir sagen nicht. Da verschieße ich jetzt zu viel Pfeiler. Was haben wir denn hier? Black Handschuh, verbesserte Munition. Brauche ich was davon? Ich glaube nur, dass ich davon was brauche. Gehen wir mal darüber. Einfach weil wir es können. Na, gucken wir gleich nach die Wand. Würde ich jetzt mal so sagen. Das wäre also mein erklärtes Ziel jetzt gerade. Dorthin oder her. Das ist schon richtig cool, wenn er so weit flieht. Da kann mir doch jeder erzählen, was er will. So eine hohe Ausdauer bei einem Flugtier ist schon cool. Steho-Kondonanz? Ach wohl, haben wir ja auch schon mal versucht. Ist das wohl? Geil. Brauchen wir ganz dringend. Heute läuft's, also momentan läuft's, was die Pfeiler angeht. Das ist echt toll. Bin ich sehr zufrieden mit, muss ich sagen. Bin ich sehr zufrieden mit. Gut, weiter im Text. Oh wie. Walopi. Walopi. Ja, der Trupp hat uns tatsächlich auch schon ein paar Mal was geboren. Was ich zum Betaufungsfalle, ist natürlich entgeil. Was es weiter geht, können wir vielleicht direkt selber gehen. Wobei ich natürlich viel, 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 viel lieber ein Agentaris zählen würde. Oh, ein Terranuton wäre cool. Das ist schon noch ein Stück. Reicht das noch? Aber ich bleibe doch eigentlich schon recht lang. Ey, Moment, mir hat doch Schrank hier. Ohre. Erinnert mich mal dran, dass ich gleich der Bauplan für Schranki-Sattel, also Karbonemis-Sattel hole und in der Schrank mache für, wenn ich gen Norden fliege. Ich weiß zwar nicht so genau, was Schranki uns bringt, wenn wir ihn reiten können, aber... Das ist ja vieles nicht. Zwischendurch, Herr Friedrich. 60er. Ist das da vorne mit, die Insel, wo man mit dem Alberten und Metall holebare? Gut, natürlich. Weiter geht's. Oh, fliegt doch. Ach, dass der so ein Problem hat, aus Wasser raus zu starten. Aber, was ich jetzt mal so anmerke, da ich vorhin ja vom Sommer gesprochen habe. Die letzten Tage waren ja echt irre warm. Also, ich nehme hier am 20. Juni 2022 auf, also damit wir wissen, wovon ich rede. Scheiße. Zünder, Zündwulver. Bauplan für Notizen. Ist noch was? Nee. Gut, also wir hatten als zuletzt Tage weit über 30 Grad. Und, äh, ich, also wir hatten ein recht großer Garten. Zum Glück. Ich habe ja gesagt, dass ich da rumgebuddelt habe, damit ich einen Quick Pool hinstellen kann. Der hat einen Durchmesser von 3,60 Meter. Jetzt waren wir die letzten Tage da drin, während die Sonne so da drauf geballert hat. Ey, das war so geil. So gut. Ich würde da drin schlafen können. So macht das dann echt wieder Spaß. Ich meine, ich habe jetzt, äh, ich weiß gar nicht wie lang, 14 Jahre, 15 Jahre, äh, woanders gewohnt. Da gab es zwar auch einen Garten, das rein, äh, rein rechtlich gesehen, ich hätte auch benutzen können. Aber, ja. Wieder zu essen, so ein Mehrparteihaus, das ist da nie so lustig. Auf jeden Fall haben wir dann jetzt hier, wohnen wir hier, äh, allein im Haus. Allein im Garten und da ist er riesig groß. Mit Grille und so, es macht so viel Spaß. Das ist einer von der schönsten Sommer seit Jahren. Weil ich eben den Sommer auch mal nutzen kann. Ohhhh. Ohhhh. Geh mir mit auf den Sack. Was bischen du für einer? 55 Jahre, Alter, riecht nach Opfer. du bist ein mädchen und du bist ein buchchen kommt dann das doch versuchen ich will mir mit zwei feilen wir stehen das hört glaube ja kaum habe ich feile schon bin ich am selben weg oder kennt man kennt man kann er müsste jetzt natürlich landen das wäre extra cool ist das doch nicht unser strand doch ich glaube schon unser erstes lager ja aber tatsächlich ging es ja von da ab aufwärts so können steht jetzt mal lande das war schon irgendwie genau verschleudert so einfach du hast so viel davon 40 stück dass ich immer so zahlbar betäubung fallen dann ausverpackt wieder aber noch im kopf stecke also ich schieße maximal bis 35 dann entweder lise dran oder ich glaube ich bleibe ich müsste mit dem scheiß kopf treffen das praktisch nicht so stand wo geht das schon wieder los im nächsten habe ich dann jetzt wirklich bock drauf die immer dahin hin lande kurz ich mache ein folgen ende und wir sehen uns noch gleich in der nächsten folge und da gucken mal was man mit dem flieger machen bis gleich dann means dann 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 dann